leute guckt ihr euch das an hier der funkturm das sind mindestens 10.000 leute mindestens die bremer die sind da die bremer die sind da Für Menschen und Freude Die Hechte der Nachdennels Die Hechte der Nachdennels Die Hechte der Nachdennel, die bên mir für die Nahrung Ja, meine Freunde, was für eine Stimmung in Berlin. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, die Werder-Fans sind in Berlin angekommen. Ist eine Vermutung, weiß jetzt nicht genau, ob das zutrifft, aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Alles eingerichtet für ein geiles Spiel gegen die Berliner. Unfassbar viele Fans sind vor Ort. Ihr seht diese unfassbar geilen Bilder, absolut, kennen sie auch im Moment. Ich kann nur freudestrahlend hier sitzen, wenn ich diese ganzen Bilder und Videos die ganze Zeit zugeschickt bekomme und mir denke, Alter, wie geil ist das denn? Schreibt gerne eure Feelings bei diesen Videos unten in die Kommentare und dann hoffentlich gleich auf drei Punkte.